hallo zusammen ja heute wollte ich mal eine truppen beschwörung machen man hatte jetzt über die zeit eine gewisse anzahl sammeln können und mal gucken wie viel es sind 23 ja wenn wir glück haben kommt eine beschwörung bei rum oder eine ninja-truppe wäre schön ich glaube eine violette habe ich noch nicht deswegen gucken wir mal was dabei rumkommt schauen wir mal 23 münzen eigentlich sollte das reichen für ein zwei gute truppen aber gut der teufel ist ein eichhörnchen netzend letzten endes und muss man schauen weiß ich wie es bei euch war ob ihr beschworen habt wenn ja wie viel und vor allem was ist dabei rausgekommen man traut sich ja schon gar nicht mehr zu beschwören na guck mal immerhin eine vierer immerhin die habe ich aber schon gehabt und trotzdem kann man die immer gebrauchen die dreier kann man zur not auch verfüttern ist auch kein problem noch guck mal noch eine vierer noch mal eine ninja-truppe sollte da drin hängen oder ja manchmal läuft das schon richtig gut traut man sich gar nicht mehr zu beschwören wenn du 20 dinge hast und da kommt nur käse bei rum fragt man sich wie lange muss man sparen immer wirklich eine vernünftige truppe zu haben ja sieben stück haben wir noch alles nicht schlecht kann ich nicht meckern ich würde war auch eine ninja-truppe nehmen wenn es gar nicht anders geht ja da ist ja schon eine also kann ich jetzt auch die klappe halten also meckern gilt nicht eine truppe habe ich bekommen nichtsdestotrotz machen wir die trotzdem noch zu ende vierer truppen waren genug da muss man schon sagen das geht auch schlimmer und die letzte ja guck also haben wir eine ninja-truppe und waren es glaube ich vier vierer von der warte her bin ich ganz zufrieden ich hoffe ihr habt mehr glück heute toll schönen abend noch haut rein ciao